Hallo und Willkommens bei einer neuen Runde Wir sind alle wieder gut drauf und wir haben echt Bock jetzt Erik hat in der letzten Folge am Ende gewonnen Was war mehr als unverdient Erik ist ein kleiner Spasti Erik wird von 100 aus dieser Runde entfernt Was? Was? Oh mein Gott, ich hätte doch nie können, Alter, ich freu mich los Alter, bleib doch stehen jetzt, ich kann doch Ja, hier, Pan, 15 Ja komm, komm, mach Oh nein, oh nein, bitte nicht Oh nein, nein, wehe Ach, scheiße Pan hat zwei 10-Karten, pass auf, pass auf, Erik Pan hat zwei 10-Karten Mit Sicherheit Doch, hat sie, hat sie, hat sie, macht sie jetzt Bitte nicht, Erik hat bestimmt dagegen gekriegt Boah, Glück gehabt Oh, Glück gehabt, Tobi, danke, Mann Oh, ja, geil Danke, Tobi Mach rot, Pan, danke Ja, geil Das war super, hat mich gerettet Danke, Pan, ist echt nett von dir Oh, der Erik, der Erik Danke, echt nett von dir Vorne, echt, Nick Aber du, was soll das? Entschuldigung Tobi, kannst du theoretisch, oder fahren, könntest du, Tobi, kannst du theoretisch, kannst du verlängern? Was für einen? Was? Dein Penis, oder was? Zwei 10 Achso Nein, aber leg Ach, schade Aber ich könnte das hier machen, vielleicht hilft das was Oh nein, er braucht genau die Oh nein, er braucht genau die Er hat natürlich genau ne 3, Alter Okay, aber das heißt, er hat auch kein Blau Das ist aber gut Ähm, was machen wir denn jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was soll ich nehmen? Ist egal Oh mein Gott, oh mein Gott Ist egal, okay, dann hast du ne geile Karte Jawohl Jawohl Nein, kann er nicht Noch kann er Nein, kann er nicht Kann er nicht Ach, schade Diese Ruhe, so diese Spannung Ach, schön Okay Tobi, kannst du jetzt? Ne P-Watt ist da los? Oh, Tobi kann ich? Schade Das finde ich gut Ne? Kann man mal machen Ja, finde ich super Ich hab dich gefragt, denk dran, denk an diesen Moment ¯Dum, dum, 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 dum. Naja, das ist nicht so... So ein Glück! Mann! Tobi, wat los? Nimm noch ein paar Karten. Nimm noch ein paar Karten zur Beruhigung. Geh mal Karten schnüffeln jetzt! Das ist zu beleidiger, ich hab die leider gezogen gerade. Nehm ich so an, ist ok. Ist okay, ist okay. Was soll das denn? Bahn! Ist aber gut. Jawoll. Finde ich super. Finde ich nicht so gut, aber... Und dann sind wir wieder. Alles klar, ciao. Das war's aber. Oh, schön, schön. Alles klar, Tobi, das war super. Und jetzt kommt noch mal eine. Ja, war klar. Kann man solche machen? Scheiße. So wie hingekackt und hingeschissen. Ich kann doch auch nichts dafür. Pahn, kannst du... Mach einfach, mach einfach irgendwas. Okay. Was? Ah, der Curry hat ne Viererkarte. What the fuck, Alter? Die jetzt nicht behalten wir zum Schluss. Oh, Scheiße. Jaja, das ist meine Taktik. Du hast mich ausgedeckt jetzt. Ja, das ist doch richtig so. Oh, das ist doch nett. Ich seh das noch auf deinem Channel gerade. Ja, eben. Nice. Alter, Pan, was soll das denn? Das ist doch nicht wahr. Danke, Pan. Der Curry über mich gehen will, um den Eriktal voran zu kriegen. Was? Ne, entweder über dich oder Tobi. Ja, ich weiß. Oh, Tobi, cool. Tobi, was soll das denn? Das war doch extra jetzt, oder? Guck mal, wie wir da oben stehen mit seinem... Keiner Drecking. Hallo, ich bin hier Erik. So. Oh, Juan. Hey, der Curry. Ja, ich bin bereit. Alter, Pan, ernsthaft? Der arme Tobi, was soll das? Das musst du ihm erklären. Was? Oh, Juan, wie gemein. Jawoll! Pole Pole, Mann! Alter, ja! Wuhuhu! Selber schuld! Selber schuld! Wuhuhu! Wenn die Pan, wenn die Pan jetzt noch einen gehabt hätte, das wäre so geil gewesen. Das wäre nicht so geil gewesen. Oh! Alter, war das lustig. Alter, war das lustig. Alter, war das lustig. Fick dich, Eric, fick dich, Eric. Boah, das ist lustig gerade. Ey, das war so lustig, Alter. So lustig einfach. Äh, jetzt wird es weniger lustig. Ja. Das ist weniger lustig. Das ist jetzt nochmal gar nicht mehr so lustig. Nein. Oh, Gott, hier. Das ist gar nicht mehr so lustig. Jetzt ist es weniger lustig, komisch. Boah, ich finde es aber ganz lustig eigentlich. Alter, warte. Alter, warte. Alter, warte. Oh, puh. Boah. Okay, alles klar. Oh, schön, ey. Alter. Oh, wie geil, grün. Was ist das chillig? Oh, machen wir denn da ein. Alles schön, danke. Na toll. Dankeschön. Na geil. Alles klar. Ciao, Tobi. Ah, das sind du. Ach, stimmt ja. Ähm. Nee, nee, schon gut. Was? Der hat ne blaue. Ich sag's euch. Der hat ne blaue. Kann der mal die Richtung wechseln? Nee, grad nicht. Jawoll! Alter Curry, was los? Richtig geil. Läuft. Ja. Ja. Und er hat gelb. Mann. Oh. Nee, nee, nee. Ah, ist klar. Der hat ne blaue gehabt. Sau. Hast du da merken, Tobi hat kein gelb? Was war das denn? Hä? Was war das mit deinem Handy? Das war ne Mikrowelle. Mikrowelle ja geil. Wo ist denn Mikrowelle? Oh ja, oh ja. Erik, komm mal rein. Oh nein, nein. Nein. Toll. Er hat doch eh kein gelb. Ah, fuck. Ich dachte jetzt kommt irgendwas geiles, ne? Ja, ich wollte... Ich dachte auf gelb. Ja, alles klar. Was ist denn los? Okay. Okay, kein rot, kein gelb. Die Karte fliegt durch den Raum beim Tobi. Kein rot, kein gelb. Also blau oder grün? Also ich sag ja... Ja, ja, ja. Blau, blau. Paar? Ja. Nicht blau oder grün. Danke. Obwohl ich blau und grün hab. Egal, komm. Mann, ey. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Auf geht's, Tobi. Jawoll. Schön, Alter. Jawoll, mach schön rot. Was soll das denn jetzt? Tobi, was soll das denn? Oh Mann, ey. Oh nein. Ist doch ärgerlich einfach. Oh nein. Oh nein. Tobi hat eine. Tobi hat eine. Oh doch. Ehrlich. Oh, blöd gelaufen. Ich hatte eine Karte, ey. Ist das euer scheiß Ernst? Ist das euer scheiß Ernst? Alter, das ist gut. Alter, das ist gut. Ernst, ich hab... Alter. Wie so eine rangeflogen kommt. Okay, jetzt müssen wir langsam wieder auf dem Erik umschwapsen. Hä? Was ist das so? Was soll das denn? Ich hab langsam gesagt, Parn. Ich hab langsam gesagt. Parn, warum? Oh mein Gott. Der arme Tobi, ey. Was soll denn das Parn? Tobi hat jetzt auch noch eine. Was soll das denn Parn? Tobi hat auch noch eine. Loll. Loll. Oh. Oh, du. Oh, du. Oh, du. Oh. Oh, du. 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 Oh nein. Der Tobi wird mir jetzt fett eine reinwirken. Aber ich kann nichts dafür. Alter. 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 Ey Curry, was los? Alter. 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 Das ist so scheiße immer, ey. Oh Mann, ey. Alter, find ich immer gut. Oh, Gott, ey. Oh, Gott, ey. Oh, no. Schmerz. Das geht weg, Alter. Kannst du drauflegen, Tobi? Ja. Echt? Zwei? Kannst du? Ja. Oh ja, Baby. Der hat aber bestimmt so eine Dingskarte. Egal, leg die einfach. 4-10 oder sowas. Ja, 4-10 geht aber nicht. Ja, stimmt. Nice. Ich hab schon ordentlich. Du fühlst dich jetzt an, Erik. Scheißgefühl, ne? Ja, aber ich hab schon. Warum spielt ihr gegen mich? Nein, ich ziehe das so wieder an. Was? Du Bastard! Das ist der Erik, den ich kenne, ey. Oh, schön, danke dir. Ich kann aber nicht legen, toll. Alle hassen mich. Das ist blöd, ne? Aber ich musste Erik haben. Hier, Tobi. Hier, komm nochmal ran. Oh, geil, Curry. Was wäre das für alles für die von dir? Ja, schön, danke dir. Hä? Was? Oh, schön. Alles klar, ich geb mir einen Gyros und sag Bescheid, wenn ihr fertig seid. Oh, ich auch Gyros. Ne, gibt's nicht mehr. Wir müssen die Richtung aber wieder ändern. Jawohl, danke, Erik. Das wird halt alleine fett. Tobi, könntest du drauflegen? Nein. Boah, ey. Ist doch egal, mach trotzdem. Diese Lache. Aber das ist viel schlimmer jetzt, wenn er nicht legen kann. Guck mal. Okay, okay. Okay, jetzt müssen wir gegen Pum. Was war das denn gerade, Alter? Boah, Lachenschule am Kotzen. Wir müssen gegen Pum. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Jetzt sind wir wieder. Hallo, du hast gekommen zu einer. Ja. Ach, komm, gönn wir uns den Spaß. Jawohl, auf geht's. Könnt ihr bei den Spaß? Wenn du daran Spaß hast... Hä, ich dachte, du hast eine. Ja, sehe ich so aus, oder was? Ja, natürlich sehe ich so aus. Ja, komm, gönn wir uns den Spaß. Da muss noch was dabei sein. Oh nein, bitte nicht, Pan. Oh nein. Das wär nett. Erik? Ja, Tobi. Hä? So. Mach's los, Tobi. Was denn? Ach, scheiße. Lisch. Oh nein, oh nein, oh nein. Alles klar, Pan, das war's. Nie wieder Süßigkeiten, kein japanisches Essen mehr. Nix mehr wirklich. Tobi wäre sowas von explodiert einfach, ey. Alter, die Pan, ne? Die Pan. Pan? Alter, nee, ey. Ist schon ganz cool. Tobi ist schon ganz cool, ne? Ja, finde ich aber auch eigentlich. Ist eigentlich richtig cool. Ja? Ah, geil. Mach mal grün da jetzt, komm. Okay, mach ich grün. Alter, du bist doch so... So, ist ganz cool, Tobi, ne? Ist ganz cool. Halt, ich hab kein Gelb. Okay. Oh, ist doch nicht wahr. Jetzt machst du auch noch grün, weil der Tobi sich das wünscht? Nee, ich hatte vergessen, Tobi. Dann bin ich endlich mal einer mit Ehre, Mann. Mit Ehre. Genau, das war extra. Mit Muschikraut auf dem Kopf. Ah, iiih. Was ist das? Ich hab keine Ahnung. Was ist denn Muschikraut? Ich mach zu den Ekelhafteil. Was? Erklär mal bitte. Das ist wie Kresse. Ah, iiih. Das wächst auch überall. Und schnell, ne? Ja, und schnell. Oh, oh, nö. Ach, komm, ey. Wir müssen Pan zerstören jetzt. Ja. Ach, und so und doch. Es wird Zeit. Ich hab leider nichts zum Zerstören. Oh, nein. Das darf doch nicht wahr sein. Also, ich hab keine Karten, wo ich irgendwie was machen kann. Ihr müsst die Richtung hin. Blaue plus zwei. Jetzt komm, Erik. Na, komm. Komm, hast du. Nee, aber... Das ist mal ne Ansage. Ich hab doch nur noch Scheiße hier auf der Ansage. Jawoll. Lass mal richtig nach. Sehr gut. Alle im Fokus. Ja! Sehr, sehr, sehr gut. Okay, meine Maus einfach automatisch rechts fährt, Alter. Der Curry ist zwischen den Runden rechts gegangen. So, weißt du, hab ich gesehen, der Pumpte. Scheiße. Okay, da passt ihr mir nicht mehr mal. Da passt ihr mir nicht mehr mal. Da passt ihr mir nicht mehr mal. Geil, Mann, ich fühl's. Oh, wie geil, Alter. Pumpte. Oh, verdammt. Nein. Okay, sie hat Rot. Hä? Sie hat Rot, sie hat Rot. Konntest du in die Karten gucken? Ja, deswegen leh ich jetzt Rot. Alter, ernsthaft? 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 Warum? Warum? Ich könnte nichts anderes legen. Ich könnte nichts anderes legen. Komm, weiter geht's. Weiter geht's. Ich würde es pressen, wie ich gerade kotzen würde, ne? Also, Pan hat's auch nicht verdient, muss man auch nochmal sagen, ne? Also, keiner von uns verdient. Außer ich. Also, ich spiele mal Lied zu allen. Aber, was ich gut finde, Pan, bei so'n komplexen Spiel, dass du das so schnell drauf hattest. Mann. Ey, sie hat ihre Momente, Tobi, hör auf. Ja, aber schon ganz schön viele Momente. Nimmt man schon Momentum, ey. Das zieht uns voll ab hier. Ja, komm, mach's wieder bloß zwei. Oh. Nein. Nein. Oh, ich dachte, war das. Na, ihr. La, 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 la. Diese Urlaubsmusik ist echt schön. Ist echt entspannend. Was, was soll ich denn? Was, ja, die, die muss ich jetzt... Ich nehme Geld, komm. Jawohl, auf geht's. Auf geht's. Ja, wunderbar. Ey, was war das denn? Was war das denn? Tobi? Tobi? Ist er in der Unterhose gerissen? Der hat eine Spontanlandte gekriecht. Alter, wie kann die mir? Was war das, Alter? Was war das? Oh, meine Kekspackung. Achso. Ja, deine Kekspackung. Ja, ja. Hier, Schatz, meine Prinzenrolle. Du kannst auch die Schokolade ablecken, ey. Hä? Aber die gibt's noch auf der Rückseite, was? Hä? Oh, ja, schön, ey. Oh, ja, blau. Heino, komm. Oh. God. Was ist los? Oh. Oh. Oh, ja, auf jeden Fall, Alter. Ja, was denn sonst? Okay, das müssen wir aber auch ändern. Er hat grün. Ähm. Grün. Ähm. Hä? Was denn los? Fahne, was los? Ich war, nee, ich will nicht verarschen, oder? Es gab bestimmt keine andere Möglichkeit. Jawohl, Tobi. Das ist mein Mann, Alter. Ja, der hat aber eh ne 4 ziehen, oder so ne Wunschkarte. Nice, Pan, nice. Warte mal, warte mal. Jetzt noch mal, noch mal. Ja, ja, mach ruhig so lang weiter, wie's geht. Der Ding ist, er kann eh liegen. Ich hör das schon. Ja, kann er wirklich. Ja, ich, ich hör, ah, nee. Hast du was zum Legen, Pan? Grün. Ich dachte grün. Ja, ich kann nicht ändern. Das ist noch ne Chance. Toll. Toll, jetzt muss ich ziehen. Geile Chance. Bleib bei Rot, bleib bei Rot. Geile Chance. Okay, okay. Wie denn, die haben's ja da, ganz? Grün. Ich hab doch gesagt, bleib bei Rot. Hä, aber der Grün hat Pan gesagt. Ja, ja. Das bringt jetzt gerade nichts mehr, Scheiße. Hör auf, Alter, der darf nicht. Hör auf, Mann. Nimm 4, 4, 4, komm, Tobi, komm. Hör auf, Alter, komm, in die Vierer. In die Vierer, komm, Tobi. Oder 2 jetzt, 2 jetzt. Ja, okay, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Geiler Mann, geiler Mann, geiler Mann. Sie haben sich gegen mich verschworen, Mutti. Tobi, was soll das denn jetzt? Oh, Gott, nein, nein. So. Hör auf mit Geld drauf. Tobi, äh, Tobi, kannst du, Tobi? Nein. Scheiße. Nein, Pan, nein, lass es. Lass es. Mach es, Pan, mach es. Pan, tu es nicht. Es macht Sinn. Es macht auf jeden Fall Sinn. Es wird sonst zu gefährlich. Ich weiß ja nicht, worum es geht. Es ist echt nett, was du gemacht hast, Pan. Es wird sonst zu gefährlich. Es wird sonst zu gefährlich. Boah, danke. Nur einmal jetzt. Okay, Blau hat er auch nicht. Er hat eine 4-Z-Karte gehabt. Oder eine Wunschkarte. 100 Prozent. Ja, irgendwas muss das gewesen sein. Ja, muss ja jetzt. Du kannst ja, wie du auf dein Profilbild da guckst, ne? Das ist dann so ordentlich geil. La, 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 la. Ich muss da noch irgendeine Party bei mir auf den, bei den Karten, ey. Oh. Oh Mann, ey. Was ist los bei euch, ey? Ihr seid so gehässig. Ihr seid so gehässig. Ist doch klar. Ich finde das ganz gemütlich hier gerade. Da muss ich das Ganze immer machen. Das ist okay. La, 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 la. Ja. Andro muss legen sich ziehen. Pan, Pan, was ist los? Das ist ja schön. Okay. Ernsthaft? Nein. Nein. Ernsthaft? Hans. Boah, Alter. Hör auf, warte nicht so lange. Nimm noch ein paar. Ja. Nimm einfach noch ein paar. Das ist mal großzügig. Och Mann. Ja, ich auch. Tobi, was brauchst du? Ist egal. Ja, einfach, einfach. Oh, okay. Das blöde zu kommen. Mal einfach. Ja, das geht auch. Ah, ist klar. Nein. Du bist doch so. Alter. Was denn? Du hast gesagt, ist egal. Hä? Ist egal. Jetzt auf einmal? Ist egal. Ist egal. Ist egal. Ist egal. Na gut, wenn du es so nicht haben willst, mach mal so. Boah, geil. Hä? Du beschwerst dich immer nur, Tom, Jäger, was ich mache. Du hast eine Karte gerade plackt. Tut mir leid. Ja, geil. Jetzt bin ich gefickt. Ja, leck mich doch, Alter. Was? Oh. 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 Ja. Ach, schade. Ich habe gedacht. Dankeschön. Dankeschön. Ich habe gehofft. Ich habe gehofft, du würdest es... Alter. Und jetzt gehe ich wieder hoch. Tobi, was los? Äh. Äh. Alter, wer wünscht sich denn blau? Ich, Mann. Kleber Junge. Ärgerlich. Einfach nur ärgerlich mit dir. Einfach nur ärgerlich. Oh nein. Pan hat auch eine. Ich finde das aber auch echt voll kacke, muss ich sagen. Ach komm, ey. Können wir hier alle mal... Äh. Wenn der jetzt eine hat... Boah. Das wäre es gewesen, Alter. Und wenn ich rausge... Tobi war auch schon ruhig. Und wenn ich rausgegangen bin. Ja wohl, Tobi. Geil. Tobi, was soll das denn jetzt? Ich tue dir nie was, ja? Ja, alles klar. Lass mich in Ruhe paaren für heute. Oh nein. Was? Alles klar, Tobi. Alles klar. Lass dir die Kekse schmecken. Jawoll. Ne, machen wir lieber nicht. Warum denn nicht? Ich hab so richtig... Ja, ich... Ne, ist alles Taktik hier. Ich hab überhaupt nachgedacht, aber ich meine... Achso, okay. Ne, ne. Ne, ne. Ne, ne. Ne, ne. Okay. Alle Taktik? Alles klar. Oh nein. Oh nein! Jawoll! Oh Gott! Jawoll! Ihr habt euch gegen mich verschworen. Ne. Was? Ich hab 18 Karten auf meinem Stamm. Alter, willst du mich verarschen? Was reicht jetzt langsam? Oh, pfuh. Pfuh. So. Mal gemütlich alles loswerden hier. Ja, sicher, ne. Ganz langsam. Oh man. Und gechillt. In dieser chilligen Bar-Atmosphäre hier. Ja. Ja. Wohin ich jetzt noch einen Drinkchen nebenbei, ne? Ja, so einen Cocktail mit so einem Schirmchen. Ja, das wär echt schön. Oh, was nehmen wir denn da? Komm, pahlen. Hau raus, pahlen. Komm, auf geht's. Alle klar. Ab geht's, auf die Gaudi. Zack, zack. Ziemlich zügig hier. Z, z. Oh, warum ist das immer der Sechse? Hm, was? Der Sechse und der Neun. Ich hab uns grad schon gefreut. Nein. Kann man ja auch mal machen. Kann man ja auch mal machen. Mhm. Man will ja auch mal machen. Alter, Pan, warum? Der hat doch, oder? Der hat doch. So ein miststückiges Miststück. Ja. Hashtag Pan riecht streng. Wolltest du aber auch schon mal kreativer? Aber es war nie wahrer als heute. Warum ist der Tobi so ruhig? Was soll die Scheiße jetzt? Was soll denn sonst haben? Tobi, was ist los? Harten Alkohol brauch ich. Harten Alkohol brauch ich. Ist das dein fucking Ernst? Ja. Ich brauch richtig harten Alkohol. Oh nein. Oh Gott. Kann diesen Stress nicht mehr abgehen. Das ist doch alles nicht wahr. Das ist doch alles nicht wahr. Kann man die Farbe wechseln jetzt? Okay. Nee, nee. Ach nee, was hab ich dir getan? Ich konnte nichts anderes machen. Der Curry zwingt... Was geht wieder? Mit deinem fucking... Jetzt schon dir das fucking grün, Alter! Oh, dieser Bastard so. Hä? Du bist dran, du Arschloch, Alter! Ich kann nichts machen mit deinem Bastard grün! Ey, ich zeig dir gleich mal Bastard grün in dein Gesicht, man. Guck mal hier jetzt. Fucking Uno, man. Leck mich! Oh, geil. Uno! Uno! Klassenfahrt nach Klee wird zum... Alter, das darf doch nicht wahr! Tobi hat eh ne Karte. Komm, drop. Komm, Tobi. Geil, geil. Richtig geiler Typ. Komm, Tobi, mach. Alter, ernsthaft. Es war's ernsthaft. Boah! Es war's. Ciao. Ich bin raus. Die Karten werde ich mir angezeigt. Was? 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 25? 26? Was? Alter, ernsthaft? 26 Karten? Oh mein Gott. Tobi. Oh nein. Oh nein. Ach, du leck mich, Tobi. Geil. Das darf doch nicht wahr sein. Oh Gott, war das knapp. Alter, ich will. Und der macht die ganze Zeit Uno. Der macht die ganze Zeit Uno und ihr spielt gegen mich oder was? Hä? Ich... Was darf das, du Mann? Ja, geil. So viel zu dem Thema, meinst du? Nee, ist auch nicht egal. Ja, toll. Jetzt kommt er gleich mit ner roten. Okay, doch nicht. Er hat keinen rot. Curry hat keinen rot. Ja, jetzt wissen wir gleich was er hat. Nee. Wir wissen, dass er keinen rot hat. Wir wissen aber nicht, ob er lau hat. Das wissen wir aber nicht. Das wäre dumm, ne? Blau zu sagen und dann hat er keinen blau. Äh doch, weil er weiß genau, wir wechseln. Er hat keinen rot, er hat keinen rot, er hat keinen rot. Ja, ja, ich wollte auch rot nehmen. Ich hab noch was. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt hat er gleich rot, pass auf. Super. Danke dir, Tobi. Ich würde gerne wieder zurückdrehen. Leute. Ich würde gerne wieder zurückdrehen. Ernsthaft, er kriegt bei der ersten Tat rot. Krieg ich auch, aber trotzdem. Er hat keinen rot, denk dran. Er hat keinen rot. Der Curry sieht auch aus wie Gustav Gansley. Er muss ihm auch noch einen grünen Hut kaufen. Er hat keinen rot. Nice. Oh Mann. Ach, bitte Pan, bitte nicht. Oh nein. Okay, okay. Aber Gelb ist scheiße. Ah. Toll. Hä? Achso. Gelb ist einfach richtig scheiße. Ja. Ja, geil. Ja, geil. Äh. Uno. Oh Mann, ey. Ah. Ja, schön. Richtig schöne Farbe. Grün. Ja, mach jetzt was. Ja, mach jetzt was. Jawoll. Mach mal jetzt was. Mach mal jetzt was. Mach mal jetzt was. Mach mal jetzt was. Mach mal das nicht, ne? Tobi, komm, hau mal raus da. Mach mal was. Jawoll, Tobi. Geil, das ist wie so. Nice. Jetzt kommt eh wieder irgendeine fette Imba-Karte. Mhm. Alles klar. Ich geh mich schon mal eingraben. Ja, geil. Super. Schön. Alter, Tobi. Willkommen im Club, Alter. Mann, hätte ich doch die scheiß Zwei-Zien-Karte gelegt, Mann. Willkommen im Club, Tobi, Alter. Willkommen im Club. Oh, Gott. Oh Gott. Es ist viel lustiger, wenn's einem nicht selber passiert. Ah, 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 ah. Oh Mann, ey. Oh, schön. Find ich auch. Mhm. Weißt, von Einen Karten, die davon gezogen haben, war keine plus zwei dabei. Da wären wir alle wieder, ne? Oh, schön, danke Tobi. Danke, Tobi. Ernst, oh nein, bitte nicht. Ach, Gott sei Dank. Gott, Pan hasst dir aber auch selber zuzuschreiben. Mhm. Mhm. Oh Mann, ey. Ach, ja. Hast dir selbst zuzuschreiben. Ich hasse diese Frau. Ich hasse diese Frau. Ich weiß. Wollen wir die einfach danach gehen, wenn die meisten Karten hat? Vollgehende. Achso. Hat der Erik jetzt gewonnen? Ja. Ernsthaft, Pan? Das auch noch? Mann. Ach, es ist ja egal, was ich lege. Ich hab ja genug. Ich kann alles legen. Ach, boah. Komm, Alter. Ja, das ist einfach... Das ist einfach anstrengend. Das ist so anstrengend, ey. Pan, warum? Ja, wie? Warum? Behalt die doch wenigstens, falls wieder so eine Runde kommt, damit du safe bist. Aber nein, du legst sie gleich. Was ist los? Was hab ich dir getan? Ich hab 21 fucking Karten, Mann. Was? Boah. Ach, Alter. Du schläfst unten oder auf der Couch? Du schläfst oder auf der Couch? Nee, du schläfst draußen im Garten. Kannst du mal gucken. Alter. Jalousien gehen zu. Du kleine Holzsuse. Du kleine Holzsuse, ey. Du Bastardsfrau. Hat er nicht gesagt. Oh Gott, ey. Ist das ein Träubchen, ey. Das ist eh ein Träubchen. Alter, die Karten springen mal hin und her. Ich kann die Karten nicht auswählen, weil die Karten hin und her springen. Warte. Ich kann die 1 nicht auswählen. Willst du mich verarschen? Ich konnte die Karte nicht legen, weil die Karten links und rechts springen, weil ich zu viel habe. Was soll das denn? Ey, du hattest aber vorhin schon mal 25. Das ging. Ja, aber ich konnte die 1 Karte jetzt nicht wählen, weil die springen immer genau an der Stelle, wo die ist. Ja, ja, ich hatte das vorhin auch gehört. Wie be- ich kann die nicht legen. Weißt du was? Fuck it, ey. Okay. Wie bescheuert ist das? Boah, jetzt hab ich- ich hab sogar richtig Angst. Aber was muss ich machen? Ich hab noch Geld. Willst du mich verarschen? Ich baue noch heute deinen Rechner hier unten ab. Ich würde dich hier nie wieder sehen. So, reicht. Es reicht. Man kann es auf die Spitze treiben, aber irgendwo ist es. Alter, wenn ihr jetzt noch eine 4er raushaut, dann ist die echte Königin. Hab ich leider nicht. Boah, Alter. Und ich komme nicht auf die fucking grüne Karte. Es ist genau die grüne Karte, wo ich nicht rankomme. Oh, 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 oh. Ah, mit Tastatur kann ich die wählen. Okay. Mit Tastatur geht's. Oh, mein Gott. Alter. Oh, mein Gott. So, dann leg ich nochmal für- Alter, ernsthaft, Pan, warum? Warum? Ich frage einfach nur warum. Gib mir doch mal eine Antwort. Warum? Sag mir einfach nur warum. Weil ich noch ein Karte zählt, Leute. Der Curry hat zwei fucking Karten. Spiel doch mal gegen den, Alter. Ich hab alles, aber keine grüne Karte. Ich auch nicht. Tobi, es tut mir leid. Oh, ja, kein Ding, kein Ding. Komm, Alter. Wie viel Glück kann man haben? Der hat eh gewonnen, weil der schon wieder so hässlich lacht. Der pfeift doch schon wieder beim Lachen, Mann. Ja, auf jeden Fall. Hier, komm. Oh, danke, Tobi. Oh, nein. Oh, das ist nett. Oh, nein. Oh, Gott sei Dank. Das ist sehr nett. Finde ich super. Dankeschön, Tobi. Sei nett von Ihnen. Dankeschön. Jawohl, super, geil. Das ist auch super nett. Aber ich hab genug. Das finde ich jetzt nicht so gut. Oh, nein. Oh, nein. Ah, Mann. Bleib bei Blau. Ja, Blau ist gut. Hm. So, willst du, bleib bei Blau? Achso, hä? Achso, okay. Schön. Schön, danke, Tobi. Blau ist gut. Puh. Jo, ist die ganze Zeit noch gewartet, dass er kommt so, weißt du. Hä? Wie, wieso darf ich die Karten nicht? Achso, oh, ich bin... Entschuldigung. Ich hab grad was total verpeilt. Oh. Oh, nein, ey, bitte. Ich frage einfach gar nicht. Ich frage einfach gar nicht. Kannst du dich liegenlegen? Nein. Und ich frage einfach gar nicht mehr, warum. Ich frag's einfach nicht mehr. Soll ich zu spiel, dass du gewinnst? Ist vorbei. Soll ich dir das lieber? Nein, ist vorbei. Bitte sprich mich heute nicht mehr an. Ja, geil. Echt so. Gut. Ja, süß. Ja. Das ist ja schön über Mario. Ja, ist echt so. Ist echt so. Viel weniger Aufwand, Alter. So. Oh Gott, ich werd die Karten hier wieder los. Doch, jetzt. Tobi, danke dir, Mann. Schade, ich würd gern nochmal umdrehen, da. Ich kann nicht. Ah, schade. Der wär mit Rot an, Mann. Hey, Tobi, sei nicht so frech jetzt. Hey. Ah, ich bin. Achso. Ja, 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 ja. Mann. Blau ist Rot. Und grün ist Gelb. Was, was? Was? Unabrohrter ist Gelb. Oh, nein. Nein, nein. Nein, nein. Der kann direkt widerlegen. Ach, komm. Das kann doch nicht wahr sein. Wie viel Glück kann man haben? Blau ist Rot und grün ist Gelb. Alter, Maul. Gelb ist Blau und ich brauch Rot. Oh, was soll ich machen? Ich muss. Der hat gewonnen. Oh, nein. Oh, Gott sei Dank. Oh, nein. Keiner will der Arsch dann das Curry gewinnt, so was. Ja, ja. Ich muss es tun. Ich muss es tun. Ich muss es tun. Klar. Die staatliche Regierung zwingt dich dazu. Was willst du von mir? Ich muss es tun. Ich verliere dich mit dir. Für eine Zweierrunde, Mann. Oh, Gott. Ich sag nichts. Für die Dame, ich bin wieder Single. Hallo. Ja. Die Musik ermutigt sich dazu, mir zu schreiben. Ja, ist er. Ist er. So. Och, Mann. Ich muss gleich mal wieder mein Profil auf Elite-Partner ausfüllen. So, haben Tobi und ich uns damals kennengelernt. Ja. Tatsächlich. Das war schön. So. Ähm. Oh, nein. Nein, der kann legen. Nee. Boah. Also, gelb. Wir müssen mal bei gelb bleiben. Nein. Okay. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Was? Was? Wir bleiben bei gelb. Panekleide, putze, schweig. Was ist denn hier los? Okay. Oh, nein. Er hat die Eins. Oh, nein. Ich bin die Eins. Ich würde die gerne anders hinlegen, aber es geht leider nicht. Alles klar. Tobi. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, nein. Alter, nein. Eric, geiler Typ. Geiler Typ, Eric. Du bist der geilste. Das ist doch nicht wahr. Der zieht ein. Das ist doch nicht wahr. Alter, ist das eine Scheiße. Aber wir bleiben bei gelb. Wir müssen bei gelb bleiben. Ja, wir müssen bei gelb bleiben, aber es geht nicht anders. Oh, gelb. Pane. Bleib bei gelb. Jawohl. Wir bleiben bei gelb. Wir bleiben bei gelb. Wunderbar. La, 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 la. Ich kann nicht bei gelb bleiben, Eric. Was? Okay, ist okay, ist okay. Curry ist okay. Oh, nein. Er hat die Kuh, oder? Ich würde sagen, wir bleiben bei gelb. Ja, Mama. Ja, Mama. Ich muss feine ziehen, aber das war's wert, ey. Oder vier, oder acht. Oh, eine. Oh, eine. Oh, eine. Eine. Ich kann bei gelb. Das ist das wert. Oh Gott. Wir müssen, wir müssen die fucking Richtung ändern, Alter. Ohne Scheiß. Gut, dann bleib bei gelb. Bleib bei gelb, Pane. Bitte. Ja. Ja. Warum? Warum? Warum bist du so scheiße? Mann, ich... Mann, ich... Mann, ich... Ich glaube, wir bleiben bei gelb. Ja, toll. Oh, Mann, Pane, ey. Oh, ja. Ja, wat nun? Wie, warum? Ja, wie, wat nun? Er wollte unbedingt, dass ich bei gelb bleib? Nein. Scheiß, scheißegal. Tobi, will das nicht? Oh, ja, das war so klar, dass der... Ja, bleib doch bei gelb. Curry, warum bleibst du nicht bei gelb? Hey, der muss ziehen, Mann. Ich hatte keine gelben. Verdammt. Ja, das ist ja bei mir auch die ganze Zeit so scheiße. Hör doch auf die nicht, Mann. Labern eh nur scheiße. Ja, ja, auf einmal... Alter, ernsthaft, geht's wieder los? Okay. Viel zu wenige. Tobi, bleib stand da. Tobi, bleib stand da. Tobi, bleib stand da. Wir haben Spaß. Föde. Oh, diese Musik. Ich hasse alles inzwischen an diesem Spiel. Oh, Mann, Alter. Oh, jawoll. Es geht nicht. Ja, Karma, Bitch. Ja, nice. Jawoll, Karma, Bitch, Alter. Ja, kann ich mit leben. Trotzdem, Karma, Bitch. Ich muss vier ziehen. Ich habe immer noch weniger Karten als du, du Opfer. Verdammt. Oh, nein. Oh, nein. Sie hat sie. Sie hat sie. Nee, nee. Ich krieg vier jetzt. Ich krieg vier jetzt, ey. Ich konnte leider nichts anderes machen. Ich krieg vier, ey. Oh. Alter, wir waren doch gerade schon fast... Also, wir sind hier keine Freunde. Aber wir waren fast durch. Wir sind sowieso keine Freunde mehr. Das ist vorbei. Wir sind hier keine Freunde. Das ist vorbei. So, Alter, was ist hier los, ey? So, ich leg mal das. Warum? Warum? Was soll denn die Scheiße? Sieht ihr wieder eine Fiezin-Karte? Komm. Okay, bleib ruhig, ja? Bleib einfach ruhig. Die Atmosphäre ist schön an Grades. So was. Ja, ist echt toll. Keine Freunde. Hast du gesagt? Nee, keine Freunde. Nee, keine Freunde. Oh nein. Nee, wir sind absolut keine Freunde. Keine Freunde. Nein. Nein. Nein, keine Freunde. Ohohohoho. Nein. Keine Freunde. Hier. Ohohohoho. Ohohohoho. Oh Mann, ey. Du weißt aber, dass ich zwischen Spiel und L nie unterscheiden kann. Das weißt du, ne? Ja, das weiß ich. Keine Freunde mehr. Ich weiß ich. Ich hab so viele blaue Flecken an meinem Körper. Noch nicht genug für's Schein. Alter. Schreibst du dir unter jedem blauen Fleck das Spiel? Mario Odyssey. Wir sind durchnummeriert. Wir sind im Adventskalender. Und dann im Tagebuch kannst du nachlesen, was es war. Fahren mal so lassen. Was denn? Ich dachte, wir wären Freunde. Nee, sind wir keine Freunde. Achso, keine Freunde. Achso, das hätt ich falsch. Keine Freunde. Ah, hab ich falsch interpretiert. Ich hab echt Angst vor Tobi, Alter. Wir werden immer zusammenhalten. Startet Uno. Weißt du? Alter, was ist das? Na, super. Was ist das? Ich muss da auch immer gucken, Alter. Mal gucken, wo der Strich ist. Oh, das ist doch nicht wahr. Ach, komm. Na also. Nicht schwanger. Oh, Alter. Oh, nein. Oh, nein. Alter, wollt ihr mich wahr? Diese Runde wird niemals vorbeigehen. Niemals. Ich wünsche mir irgendwas. Ich hab alles. Ist das doch die Endlos-Runde? Ja, ne? Ja. Ja. Fällt kaum auf. Hey, guck mal, Tobi. Hammer. Ist aber nett. Mittlerweile spielt Tobi in die Karten, damit der gewinnt. Dass wir mittlerweile dann auch gleich in eine Zweierkarte reinführen. Ah. Geil, Tobi, geil. Mach ich. Ich weiß es. Du musst das nicht ohne Hintergedanken machen. Doch, eigentlich schon. Das ist ja das Traurige. Die Jahre vergingen in Saus und in Raus. Ja, komm. Ich tue mir ein. Es tut ihr nie leid. Aber die Musik, die chillt ein bisschen. Hätten wir uns nicht so eine entspannende Musik, die hätten wir uns alle verprügelt jetzt. Ja, stimmt. Wahrscheinlich. Vielleicht macht die Musik nach Dauer nicht aggressiv irgendwie. Wenn man zu lange zuhört. Ich konnte nicht anders, da kommt jetzt wieder vom Bad. Natürlich, natürlich. Sorry. Du kannst auch auf Behalten klicken, Partner. Da ändert sich auch nichts, ne? Weißt du. Kann ich dann weiterziehen? Ja, nein. Alla, ich möchte ganz kurz auf Tobi hinweisen. Und seine aktuelle Kartenstation. Das zieht als Zug oder was? Ja. Ja, geil, sauber. Das hat nicht einmal jemand gesagt. Schick mir doch mal einen, Alla. Vorhin, als Pan diese eine Drehkarte gelegt hat, auf grün, ne? War ich schon so happy, weil ich hatte nämlich Grün gehabt. Ich hatte diese Momente auch, Tobi. Ich hatte die auch. Glaub mal. Ich will Kelf. Okay, Tobi. Du hast keine Eigentor, aber ey. Ich glaube, was keine ist. Was ist jetzt wieder los? Oh, Mann, Alter. Oh, Gott. Komm, Körn, mach schon. Was ist denn? Alter, zwei. Wir spielen nur noch zwei, vierze Minuten. Alter, es nimmt kein Ende, aber diese Runde nimmt einfach kein Ende. Es ist ganz furchtbar. Der hat voll an uns, ey. So, geht leider nicht anders. Ja, fuck you. Aber ich sehe, du hast drei Karten noch. Ich dachte gerade, sie könnte liegen, ey. Ja, das wäre schön. Ist in Ruhe. Hast du eine Gelbe? Jo, danke schön. Was, ich? Oh nein, Tobi hat auch eine. Tobi hat natürlich auch eine, Alter. Oh nein. Oh nein. Bleib bei blau. Bleib bei blau. Bleib bei blau. Oh mein Gott. Meinst du, er hat blau? Nein, aber... Der wird blau haben. Vielleicht hat er direkt blau. Der wird blau haben. Was soll das? Bleib bei blau. Puff. Oh, jetzt. Curry, was machen wir jetzt? Oh, Gott. Die Musik hat sich geändert. Oh, scheiße. Was ist denn jetzt? Was ist das? Das ist eine völlig neue Situation. Was soll ich tun? Vorhin noch... Nee, alle nur nicht hier. Nee, Tobi, hier, komm. Mach hier was Geiles. Ja, geil, Erik hat eh gewonnen hier. Ciao, Freunde. Alter, ich... Oh, Alter. Ich bin voll Pisser. Ich bin eigentlich der Pisser, Alter. Von 26 auf 0. Von 26 auf 0. Von 26 auf 0. Ich bin Erik. Oh, Alter. Klebe, klebe, Alter. So, Schade-Folge melden. Oh, Alter. Freunde, vielen Dank für's Zuschauen. Das war letzte Folge Uno meines Lebens. Bis zum nächsten Mal wieder. Nö. Der Hass ist real. Vielen Dank für's Zuschauen. Ciao, V. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.